Neue Chefs bei meinen Gewinnern? Let's da go! Wir kasseln, euer Liga-Anzider und der fünfte Spieltag hatte einige Überraschungen parat und ihr dürft mich auch gerne überraschen mit einem Like, mit einem Abo oder mir auch gerne was in die Kommentare schreiben. Irgendwas, was ihr mir schon immer mal schreiben wolltet. Vielleicht binde ich das mal ein hier ins Video und damit gebe ich mal ab zu den Gewinnern. Am Freitag habe ich schon gesagt, ich weiß gar nicht, wer bei den Kiezkickern der Chef sein soll und er ist auf jeden Fall einer davon, das ist Nikola Vasil, mein Platz 5 hier bei, den Gewinner des Spieltags. Er hält den Elfmeter gegen Vincenzo Grifo. Grifo, letzte Saison 6 von 6 Elfmetern verwandelt und Vasil, da kommt er nicht vorbei. Der durchbricht erstmal seine Streak. Der Bosnia, zu diesem Zeitpunkt für mich einer der besten Keeper der Bundesliga. Abgewährte Torschüsse, die 4, zweimal schon zu 0 und Großchancen vereitelt. 5 von 9, damit ist er auch Platz 2. Und Strafraumbeherrschung packt er noch obendrauf. 3 von 3, Nikola Vasil, absolute Peak der Mann. Und er bekommt jetzt die Chefrolle, zumindest schon mal im Kasten, ist er schon mal ein super Rückhalt. Und das könnte auch für den weiteren Verlauf der Saison noch ganz entscheidend werden. Nikola Vasil, meine 5. Platz 4 und das ist Tutar und der ist ja eigentlich Verteidiger. Und Dino Topmöller hat mal einen ganz coolen Schachzug gemacht gegen Kiel, hat den mal 1 nach vorne gesetzt ins zentrale Mittelfeld. Und meine Güte, war der geil unterwegs. Als erstes schon mal das Scoring, das hat er auf dem Schuh gehabt. Ein Tor und ein Assist geliefert, also richtig geil. Und was das Heftigste war am Wochenende, er war die absolute Passmaschine. Hat 98% der Pässe an den Mann gebracht. Ein unfassbarer Wert. Und genau so einen Mann brauchst du auf dieser Position. Von daher könnte er in künftigen Spielen auf jeden Fall auch nochmal auf dieser Position zum Zuge kommen. Seine Chance hat er auf jeden Fall so oder so genutzt. Und ich habe mir das Spiel gestern nochmal angeschaut, ganz in Ruhe. Und er hat so eine Siegermentalität, so ein Esprit auf mich ausgestrahlt. Und er ist auf jeden Fall game ready für das heiße Match am Wochenende gegen die Bayern. Und ich bin gespannt, was die Frankfurter gegen die Bayern anrichten können. Platz 3, ein Mann, den wir wahrscheinlich alle gar nicht mehr auf dem Zettel hatten. Ralf Hasenhütte schon. Bisher drei späte Einwechslungen. Da kam bisher noch nicht viel. Und dann gegen Leverkusen gar nicht involviert. Und jetzt durfte er starten. The Forgotten Man, habe ich hier geschrieben. Ja, so habe ich ihn hier getauft. Jonas Wind. Das ist vom Papier her, das ist ein dänischer Naziospieler. Das ist einer, der gerade in Wolfsburg auch den Anspruch hat zu starten, zu treffen. Und diesem Anspruch wurde auf jeden Fall schon mal gegen Stuttgart gerecht. Und das zeigt er auch hier beim Torjubel, Leute. Was soll ich denn noch machen? Also, ihr müsst mich halt aufstellen, dann treffe ich auch für euch. Und er gefiel mir richtig gut. Gerade im Zusammenspiel mit Amura. Die haben sich ja gegenseitig die Treffer da aufgelegt beim 2 zu 2. Und da könnte sich noch was richtig Cooles entwickeln. Ich habe die beiden auf jeden Fall direkt mal hier im Blick. Und künftig sollte man Jonas auch wieder in der Startelf sehen. Also könnte jetzt wieder richtige heiße Dänemark-Wochen für ihn hier anbrechen. Die Bewerbung für seinen Startelf hat er auf jeden Fall schon mal abgeschickt. So, mein Platz 2. Und da fahren wir nochmal ans Millern-Tor. Ja, die Kiezkicker, die haben ihren Chef im Kasten. Und die haben vielleicht auch ihren Chef vorne gefunden. Und das ist Elia Saad. Und der kommt hier aus der Buchsehuder Jugend. Das ist hier bei mir um die Ecke. Und ja, St. Pauli hat da den ersten Dreier besorgt. Der war so, so wichtig. Und er kommt über links außen. Und was macht er da mit Kübler beim 1 zu 0? Der stellt ihn einfach ins Eisfach. Also das war ja unfassbar. Und auch beim 3 zu 0, da nimmt er es eigentlich mit der gesamten Freiburger Hintermannschaft auf. Und ja, lädt die da zum Tanz ein. Und besorgt den Kiezkicker damit den dritten Treffer. Und er war effizient. Er war ganz effizient. Er hatte nicht viele Torschüsse. Nur zwei. Und die saßen beide. Gute Laufwege. Gute Positionierung auf dem Platz. Und Fadi hatte es wahrscheinlich schon irgendwie auch schon im Ohr. Durch Saad, ja, vorne zielstrebiger. Er war zwar nie ein Rapper. Aber als Bundesligaspieler ist er echt gut. Ja, ja, er war nie ein Rapper. Aber er war vielleicht schon immer ein Torjäger. Und vielleicht blüht er jetzt so richtig auf beim FC St. Pauli. Er führt den FC St. Pauli zum ersten Bundesligasieg nach 13 Jahren. Und hier erstmal auf die Siegerstraße. Dieses Spiel haben sie gebraucht. Und jetzt können die Festspieltage am Milan-Tor so richtig beginnen. So, wir gehen zu meiner Nummer 1. Aber hier zeige ich euch nochmal die Honorable Mentions. Und da haben wir Mamouche mit Scorer 6, 7, 8 und 9. Kiel Ahoy einmal gekentert. Ja, Mann über Bord für alle Störche. Dann haben wir Benji Seshko, der gefühlt höher springt als die halbe NBA. Für ihn Saisontreffer 1 und 2. Und wir haben natürlich Serhu Gerasi. Ich glaube, den hatte Freitag doch noch einer predicted. Der kommt mit Top-Form, mit Top-Match-Up. Gerasi ist Top-Top. Und ich sage, Doppelpack ist geschnürt. Ja, Top-Top hier auf jeden Fall. Er geliefert. Und wir kommen zu meiner Nummer 1. Und klar, das muss er sein. Sonst können wir das Format hier komplett schließen. Wir gehen nochmal nach Dänemark. Und Tio aus meiner Hans-Darm-Flieg würde sagen, er war gestern live on Stay. Und das war Jens Stay. Ja, er hat hier ein Head-Trick-Special mal gebracht. Witzigerweise hat er in seinen ersten beiden Werder-Seasons, hat er jeweils drei Treffer gesorgt. Und das macht er hier gestern einfach in einem Spiel. Also einfach unfassbar, der Junge. Er untermauert seine Mittelfeld-Chef-Rolle. Und ja, strahlt so eine Torgefahr aus. Die Werder-Fans seit Johann Miku und Diego wahrscheinlich schon lange vermissen. Und Jens Stay hat sie gestern einfach mal wieder aufs Parkett gezaubert. Und es war ein emotionaler Win. Das habe ich auch geschrieben. Du legst 3-0 zurück. Du drehst das Spiel auf 4-3. Und ich kenne das noch aus meiner Jugendzeit. Das sind so die Spiele. Da geht ein Ruck durch die Mannschaft. Da wird das Teamgefüge. Das vereint sich noch mehr. Die Werderaner sollten wir ganz fett auf dem Zettel behalten. Erst recht Jens Stay. Ihr Lieben, das waren meine Gewinner. des Spieltags. Und wir haben gerade was Cooles recorded wieder. Mit dem Game-Changer-Ranking. Kick-Bass-Guide-Guido hat sich wieder in seinen Game-Changer-Sessel geschwungen. Und damit bin ich raus. Schreibt mir mal euren Gewinner in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schicken Start in die Woche. Und sagst Tschüss.